Hey Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge Katharsis. Heute mal mit einem Thema, das mir ein bisschen mehr auf den Herzen liegt, mal wieder. Also wie ihr wisst, ich kann nicht jede oder ich möchte nicht jede Woche irgendeinen Podcast-Titel hier raushauen oder V-Log-Titel hier kreieren mit irgendeinem Titel, wo ich halt nicht so viel zu sagen habe, nur dass ich irgendein Content veröffentliche. Nee, ich habe mir gedacht, ich mache folgendes, ich warte immer, bis ich ein Thema habe und eine verdammt gute Idee, also ich denke, ich habe eine verdammt gute Idee, über etwas zu sprechen. Und das ist etwas, was sich jetzt ergeben hat, vor allem auch auf Twitch, beim Streamen, aber auch bei Diskussionen in der Community und was ich so ein bisschen im Internet mitbekommen habe. Und zwar wollte ich heute mal über Final Fantasy XVI sprechen und zwar, ob Final Fantasy XVI überhaupt noch in Final Fantasy ist und was ich so als Hardcore Final Fantasy, äh Hardcore vielleicht jetzt nicht, aber schon so als Gamer der alten Schule, Playstation 1, Wild Arms war mein erstes Spiel, Final Fantasy VII, danach mein Allzeitliebling, ich habe das zigmal durchgespielt, ähm, und war sogar so versessen auf diese rundenbasierten Spiele, dass ich lange, lange Zeit mich sehr, sehr schwer getan habe, mal sowas wie God of War oder, äh, God Hand oder, äh, x-beliebiges, bitte fügen Sie hier ein, ein altes Action-Game ein, ähm, ja, zu kaufen, beziehungsweise selber zu spielen. Und deswegen habe ich ja schon mit, also jetzt so mit Neugierde die letzten Jahre oder Jahrzehnte, das letzte Jahrzehnt immer wieder beobachtet, in welche Richtung dieses, dieses Franchise Final Fantasy geht. Und es ist ja jetzt nicht so, als wäre das erste Spiel, das, wo, wo, also Final Fantasy, jetzt Final Fantasy XVI, das kein rundenbasiertes oder kein klassisch rundenbasiertes Kampfsystem hat. Das war eigentlich, wenn wir ganz ehrlich sein wollen, war es halt das Zehner. Das, das, das war halt einfach das Beste, meiner Meinung nach, das sagen auch viele andere. Äh, aber Final Fantasy hat sich halt halt auch, ähm, ne, gar nicht wahr, Final Fantasy XIII hat's technisch gesehen auch, aber X macht irgendwie trotzdem mehr Spaß als XIII, wenn ich ehrlich sein soll. Auch wenn ich XIII, na gut, aber das ist ein ganz anderes Thema, wie XIII war und was es da für Probleme hat oder so. Aber für viele ist halt einfach, FFX ist so das Nonplusultra, was rundenbasierte Spiele angeht. So, und während FFXII und FFXV ja auch kein rundenbasiertes Rollenspiel mehr war, hab ich das Gefühl, dass irgendwie Final Fantasy XVI, dieses, es ist kein rundenbasiertes mehr, noch ein Stück weiter, ähm, die Leute verschreckt. Ja, äh, und ich, ich kann verstehen, woher das kommt, weil Final Fantasy XVI, während es meiner Meinung nach immer noch ein Final Fantasy XVI ist, und das werde ich auch noch erklären, warum ich das so sehe, ähm, doch viel von dem cuttet, was eigentlich mal diese Serie ausgemacht hat. Selbst in XIII, 2 oder in, ähm, in, äh, 15, ja, was es hier nicht mehr gibt. Und ich, ich möchte das mal kurz erklären. Also, wir gehen erstmal, ähm, wie, 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 wie hat eigentlich Final Fantasy XVI performt? Also, ich glaube, wir müssen nicht drüber reden, dass es halt einfach ein geiles Game ist. Die Grafik ist hammergut, die Synchro, ich hab's aktuell nur auf der deutschen Synchro gespielt, normalerweise mag ich deutsche Synchro nicht so gerne. Die deutsche Synchro ist richtig gut. Ist richtig, richtig gut. Ich bin begeistert, wie gut diese Synchro ist. Auf Englisch soll sie sogar noch besser sein. Aber, äh, für Twitch versus für den Stream spiel ich das halt alles auf Deutsch, und, äh, es ist fantastisch. Es ist, es ist wirklich, wirklich gut, äh, geworden. Und auch die Meta-Kritik-Score, also, es ist jetzt nicht so, hä, du bist ein Fanboy, du kaufst sowieso alles von Final Fantasy XVI. Nein, wenn wir auf Meta-Kritik gehen, ähm, da sind wir bei 5732 User-Ratings, also Spieler sowieso normales wie du und ich. 8,3 und 88 Prozent ist halt der Meta-Score von 100. Ähm, ist eine Top-Bewertung. Hier, wir sehen hier bei den, bei den professionellen, in Anführungsstrichen, muss man das ja immer sagen, professionelle Kritik, äh, 112 positive, 8 mixt. Äh, bei den Usern ist es dann noch nicht ganz so eindeutig, deswegen ist es auch nur, in Anführungsstrichen, 8,3. Da haben wir ungefähr, haben wir 2616 positive, aber wir sehen, mixt und negativ sind circa 500, ja, 504 sind das. Das bedeutet, wenn ich mich jetzt nicht schnell verrechnet habe, das sind ungefähr 20 Prozent, nicht ganz 20 Prozent der Leute, die dieses Spiel, ähm, nicht so geil finden, deswegen 8,3, 8 von 10, ne, ungefähr 20 Prozent, kommt ganz gut hin. Aber was sind denn so die größten Kritikpunkte? Also, wo die, also, vielleicht erstmal, warum es ein Final Fantasy ist. Es hat eigentlich alles, naja, es hat so, es hat einfach alles da, also alle Elemente sind schon vorhanden, um das zu einem, äh, in diese Rollenspielreihe reinpacken zu können. Ne, also wir, wir wissen ja, mit Final Fantasy Type-Zero sind sie schon mal, sind sie auch nochmal in dieses eher Action-basierte Genre gegangen, sogar schon vor 10 Jahren, wo es halt für die PSP rauskam. Und dann kam es ja 2000, oh Gott, zum Release von Final Fantasy 15, äh, 16 oder 17, kam es da ja, äh, gab es ja die Demo. Kurz vor, genau, kurz vor dem Release hast du mit Final Fantasy Type-Zero für die PS4, hast du halt eine Demo bekommen. Entschuldigt. Und, ähm, das war ja auch schon, das war ja auch noch, ich drücke X, er springt, ich drücke Fähig, er greift an, ne, nur halt mit, mit mehreren Charakteren. Aber so die, aber einfach so, einfach so die Grundelemente, ne, diese stilistischen Elemente, die du hast. Du hast fantastische Musiken, auch wenn ich an der Musik ein bisschen was auszusetzen hab, aber, das wollte ich hier auch länger erklären, aber dann würde ich hier eine halbe Stunde sitzen und, ähm, nur über die Musik reden, deswegen mach ich das zu einem anderen Video. Ah, Entschuldigung, ich hab ganz trockenen Hals gerade. Nein. Nicht nur das, sondern halt einfach, du hast halt eine fantastische Storyline, du hast, ähm, eine lebendige Welt, die ist, die ist lebendig, auch wenn diese ganz großen Städte, die es, glaube ich, zuletzt in Final Fantasy 12 gab, ne, wo du halt wirklich eine Riesenstadt hast, auf der PS2 sogar in mehrere Zonen unterteilt, weil PS2 das alles nicht lernen konnte, ähm, ich hab Final Fantasy 13 reinig gespielt, tut mir leid dafür, wenn ich das jetzt übersehe. Ähm, nee, und du hast halt deine kleinen Dörfer, du hast NPCs, du hast NPCs, die sich untereinander unterhalten, du läufst vorbei und bekommst so einen Drop einfach, was gerade am, am, also, also, wie, was gerade los ist. Manche NPCs reagieren sogar darauf, was du gerade passiert hast, äh, also gerade was passiert ist. Habt ihr gehört, der und der wurde getötet? Nein, nicht wahr, und so. Und du sitzt daneben so, ja, eventuell hab ich ihn gerade getötet. Ist aber sehr schnell bei euch angekommen. Ich meine, da kann man keine Geheimnisse haben, ne? Ähm, du hast, äh, eine, eine große Welt, auch wenn's ein, auch wenn wir zugeben müssen, dass die relativ linear ist, vor allem am Anfang, was aber nicht schlimm ist, äh, weil die, weil die meisten Spiele mittlerweile so, 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 einfach, einfach in diese Richtung gehen, dass es halt, ähm, am Anfang relativ, ja, bis halt eingeschränkt in dem, was du machen kannst, und es dich halt, ähm, an die Hand nimmt und halt einfach durch die Story zieht später, wenn du dann halt die, äh, Side-Missions, äh, und die Monster-Jagden freispielst, hast du dann auch neue Gebiete, in die du laufen kannst, dann kannst du auch mit deinem Chocobo reiten, und, äh, ja, dann sind die einzelnen Gebiete, wenn's auch unabhängig voneinander sind, relativ groß, man kann, äh, man, man findet verschiedene Monster, man findet halt seine Jagdbeute, wenn man so möchte, man hat seine, ähm, man hat die bekannten Zauber, man hat die bekannten Esper, ja, du hast die NPCs, du hast nen, äh, ja gut, du hast nen, äh, Action-Rollenspiel, ja, am Ende des Tages kein Runden-basiert mehr, aber wie gesagt, das ist, wenn er, sie hat ja schon vor 10 Jahren mit Type-Zero, ich hab's ja grad schon gesagt, sich schon so langsam in die Richtung weggeht, zu sagen, ja, wir sollten das vielleicht doch mal ein bisschen, bisschen moderner gestalten, bisschen schneller gestalten, vielleicht sich einfach davon entfernen, dass wir sagen, okay, wir nehmen das jetzt mal raus, dieses, diese Art von Kampfsystem, und, ähm, also, ich würd vor allen Dingen auch mit den, mit den Bestiern, die du da drin hast, äh, die, die Tränke, die, die Items, wie sie heißen, alle, also, 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 dieses, dieses Grundgerüst, was dieses, was Final Fantasy halt einfach ausmacht, ist da, das ist alles da, du hast deine Monster, du hast deine, du hast deine, äh, Togobus, du hast deine Sidequests, du hast deine mini, also, kleineren Städte mit vielen NPCs, äh, war mal anders, ich sag nur FF13, ne, das, also FF131 halt, äh, da war das alles nicht so, da hattest du aber dafür dann das rundenbasierte Kampfsystem, ähm, du hast die, ja, du, du hast die Objekte wieder da, du, versteht ihr, was ich meine, ihr habt dieses komplette Grundgerüst, was das Final Fantasy Franchise ausmacht, das ist definitiv vorhanden, ähm, wo wir, wo wir, wo wir aber jetzt, ähm, doch Abzüge machen müssen, ist halt einfach die Sekunde, wenn ich mir das Kampfsystem etwas genauer angucke, ja, es ist actionbasiert, und ja, es ist der Direktor, der auch Devil May Cry 5 gemacht hat, und das merkt man auch, volle Kanne, und man merkt auch volle Kanne, dass das die Business Division ist, die FF, die für FF14, ne, also, dass die Leute hinter FF14, äh, FF16 gemacht haben, du siehst das halt, allein schon an der Schrift am Fond, du siehst das am Storyaufbau, du siehst das teilweise an den Kämpfen, wenn man FF14 gespielt hat, ich würd sagen, ich hab alle Add-ons gespielt, ich hab die Story aktuell durch, ähm, ich hab auch ein paar harte Raids gespielt, ich erkenne in manchen Kämpfen sogar Raid-Mechaniken wieder, die sich aus FF14 geborgt haben, was, äh, ein bisschen weird war, ich fand's witzig, als ich's gesehen hab, äh, aber weiß nicht, ob das so gut funktioniert, äh, man kann darüber diskutieren, wie gut das funktioniert, weil, ähm, es ist schon ein Unterschied, ob ich da mit einem MMO-Charakter rausrennen muss, oder aber halt einfach mit einem Knopf rausleiden kann, dann ist das ja auch mehr Deko, aber das ist auch wieder ein anderes Thema, äh, man merkt halt einfach, dass es halt von den FF14-Machern ist, ähm, das, das Problem beim Kampfsystem, da scheiden sich halt einfach, glaub ich, Hauptsache die Geister, niemand, ich glaub, es gibt niemand hin und sagt, ey, die Kämpfe sind nicht fucking episch, vor allen Dingen, das Spiel fängt ja an und der episch Skalierer geht ja auf 2000, gleich auf Anschlag, du hast halt, es ist wie, es ist wie, wie soll man sagen, es ist wie so ein Börsen-Chart, wenn man so möchte, ne, äh, du hast, äh, Wirtschafts-Boom-Depression, Boom-Depression, so, immer so, wuh, Riesen-Fights und Story, langweilig, langweilige Sidequests und wieder, wuh, Riesen-Fights, Espa-Kampfe, Plot-Twist, die Zwölfte und so. Ne, also das Spiel hat fantastische Grafik, fantastischen Soundtrack, auch wenn man da ein bisschen diskutieren kann, aber wie gesagt, das ist ein anderes, äh, anderes Thema, ähm, fantastischen Soundtrack, ein Kampfsystem, was knackig, was schnell ist und was auch Spaß macht und eine Welt, die zwar vor allem zu Anfang recht linear wirkt, aber vor allem durch die Interaktion mit den NPCs, vor allem mit den Sidequests, die dir leider teilweise gefühlt nichts geben, nur Schrott geben, ja, ähm, aber eher dafür da sind, die Welt besser zu verstehen, ne, vor allem für einen sehr empathischen, sensiblichen, ne, Mensch wie mich, ähm, der sich da stärker rein, rein leben kann, dann saß ich bei manchen Sidequests einfach nur, äh, so da, also da hab ich dann wirklich gedacht, holy shit, was sind denn hier für Bastarde am Werk, ne, die NPCs, alle umbringen, alle umbringen, ich sitz da manchmal so, komm, ich will dich töten, kotzen, äh, schweigen, ja, ähm, genau, beim Kampfsystem aber, ähm, ich hab von vielen gehört, die wollen, also die mögen FF16 nicht, wegen der düsteren Storyline, was ich gar nicht schlimm finde, im Gegenteil, ja, ich finde, das ist eine sehr gute Direkt-, äh, also, äh, Richtung, die sie einschlagen, auch wenn man natürlich sagen kann, hey, die alten Feindfeinders, die hatten auch ernste Themen, ja, äh, alle mit Weltuntergang, Ökoterrorismus, äh, ähm, Diktatoren, die gefallen werden, die quasi getötet werden wollen, äh, und alles, Krieg, also das waren immer ernste Themen, war aber gefühlt bunter verpackt, ja, ein bisschen knalliger Musik, war ein bisschen, bisschen, auch, wie soll ich sagen, einfach fetziger, die Charaktere waren, ja, das ist schwer, so schwer zu erklären, waren auch alle gut, aber die wirkten halt einfach, äh, wie soll ich das sagen, nicht so nonstop düster traurig, wie sie halt in FF16 wirken, ja, die hatten viel mehr Hochmomente, als es in FF16 ist, wobei ich aber auch sagen muss, die Welt in FF16, die lohnt sich gar nicht zu retten, meiner Meinung nach, auch wenn ich, äh, noch, noch, gerade erst etwas über die Hälfte gespielt hab, da kommt noch einiges, das weiß ich ja auch, so, also, zurück zum Punkt dann, es ist ein grandioser Soundtrack, fantastische Grafik, ein Roll-, also ein Kampf-, ein Kampfsystem, was wirklich Spaß macht, die Problematik einfach bei diesem Kampfsystem ist, während er dir mit diesem Espa-System, ja, mehrere Möglichkeiten gibt, deine Fähigkeiten, deine Abilities zu kombinieren, ja, neue Dinge auszuprobieren, bist du gleichzeitig verdammt eingeschränkt, denn du hast, also, die taktische Tiefe fehlt, und die fehlt hart, also, man muss wirklich gestehen, selbst Final Fantasy, schon mal, selbst Final Fantasy 7 Remake, äh, Final Fantasy 7 Remake und FF15, die hatten alle sowas wie Protest, Regener, äh, Statusveränderungen, äh, Blind, Gift, äh, Verwirrung, es war alles da, das haben sie fast alles weggenommen in FF16, die haben sich das Kampfsystem genommen und haben das alles rausgestrichen, sprich, ich, ich, ich meine, ich verstehe das schon, wenn ich in ein Actionrollenspiel gehe, ja, in die Richtung, ja, vor allen Dingen, es ist, es, es tut mir leid, das Kampfsystem ändert halt sehr, sehr stark an Devil May Cry, ähm, macht das wahrscheinlich, ist es vielleicht sehr, sehr schwer, das zu implementieren, und macht es auch Sinn, das alles zu streichen, aber das war halt trotzdem immer ein Kernelement, und ich lass nichts, also, ich lass nicht gelten, dann zu sagen, ja, aber manche Gegner, die machen ja Protest auf, auf den Gegner, ja, das passiert irgendwie nach 30 Spielstunden das erste Mal, ach, und, und da merkst du, ich glaub, zu dem Zeitpunkt merkst du auch, irgendwas fehlt, ja, und, und wenn ihr sagt einfach, ach, du übertreibst oder so, ich hab, in Stream hab ich einen, äh, den ersten S-Rank Hand, ja, diese, 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 also diese, diese, diese Jagdaufträge, ähm, ich war Level 34, der Gegner war 45, hab einen zweiten Versuch gebraucht, dann hab ich den gelegt. Normalerweise, ja, normalerweise, es ist auch in den alten RPGs möglich, nur verdammte Scheiße, da musst du dich wirklich, da musst du wirklich drin sitzen, und musst dir denken, oh, shit, was mach ich jetzt, was mach ich jetzt, okay, kann ich, kann ich, verdammt, wie, wie arbeite ich, okay, ich brauch Hygiene, ich brauch Protest, verdammt, der vergiftet mich, das heißt, ich muss die und die, muss ein Anti-Gift-Ring haben, ich brauch genug Antidot, ähm, ich brauch Medika als Zauber, oder, alle, alle sowas, ja, das musst du immer im Hinterkopf haben, hier, nope, weich einfach aus, weich einfach aus. Du hast, und, 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 da macht's ein bisschen schwierig, weil dann kannst du das theoretisch gesehen auch auf Level 1 durchspielen, ja, und dann kann ich aber auch sowas wie Kingdom Hearts durchspielen, weil da, weiß ich nicht, also für mich gehört, für mich persönlich jetzt so, also, versteht mich nicht falsch, das Kampfsystem macht immer noch Spaß, ich hab richtig Bock, das Spiel durchzuspielen, aber die Leute, die das kritisieren, dass es kein rundenbasiertes, äh, Kampfsystem mehr ist, kann ich gut nachvollziehen, weil mir fehlt das in einem Final Fantasy Game doch ein bisschen. Wo ist mein Protest? Wo sind denn mal meine, 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 meine Status, äh, Veränderungen, wo ich mal den Gegner auch vergiften kann, wo ich den Gegner blind machen kann und so, das brauchst du halt alles nicht mehr, aufgrund des Kampfsystems, aber es fehlt ja trotzdem, es fehlt dir an allen Ecken und Enden, meiner Meinung nach, der einige Final Fantasys hinter sich hat. Ja, also, man merkt es auch in Final Fantasy 14, die Leute, es gab mal Proteste in FR 14, gibt es nicht mehr, wurde rausgepatcht, schon vor zwei Jahren, ungefähr. Ja, haben sie es auch geändert und haben stattdessen gesagt, hey, damit man nicht bei einem MMO auf Proteste, äh, so, ähm, äh, ja, nötig ist, dass wir immer eine Klasse haben, dabei haben muss die Proteste, kann, entfernen wir das einfach und passen den Schaden an. Das ist so ein bisschen, was aber auch wieder ein bisschen schade ist, weil das gehört einfach dazu, ja, es war von Anfang an dabei, kann man sagen, ja, du bist Traditionist, ne, aber das sind so Dinge, die einfach dazugehören, dass kein, dass dein Charakter das kann und, und das fehlt. Auch das, auch sowas wie Partymanagement, auch, und ich weiß, das ist auch relativ stark zurückgegangen, aber du konntest die anderen zumindest auch mal ausrüsten in FF 15, ja, oder hochleveln in FF 13, das geht ja alles nicht mehr, weil du nur noch Clive spielst und Torgal, Best Boy. Ja, und da musst du dann schon so ein bisschen, so ein bisschen, äh, da Abstriche machen und ich bin nicht der Einzige, weil, was ich auch noch zeigen wollte, ist, ja, natürlich neben den Sales Numbers, ne, also, das ist, wie gesagt, Metacritic 88, 8,3 User Score und wir haben hier Final Fantasy 3 Millionen, ich hab gerade einen gesehen, der hat gesagt 4 Millionen, aber den Artikel find ich jetzt leider nicht mehr. Ja, ist für PlayStation 5 only, bricht wohl alle Rekorde, aber ich glaube, da haben sich andere Spiele schon besser verkauft. Wobei, ja, sowas wie Kingdom Hearts 3, PS4, klar, kann man nicht, kann man eigentlich nicht, äh, zum Vergleich nehmen, weil es gibt viel mehr Leute, die immer noch PS4 oder Spiele, die für PS4 und PS5, wie das Remake rausgekommen sind, ne, die Leute haben es halt alle für die PS4 gekauft, jetzt gibt's dann nur noch für die PS5, da muss man auch sehen, wie Rebirth, äh, Final Fantasy 7 Remake, ähm, wie das sich verkauft und, äh, also, die Zahlen sind nicht schlecht, ja, die sind ziemlich gut, aber es sind verdammt viele, die das halt 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 hart auch ankreiden. Ich mein, dass rundenbasiert ja noch funktionieren kann, sehen wir an Octopath Traveler 2, ist ein geiles, rundenbasiertes Kampfsystem, wo ich auch die taktische Tiefe habe, um halt unterleveln Gegnerplatz zu machen, aber das, das, aber da muss ich mich richtig hinsetzen und muss fucking nachdenken. Und dann kann ich nicht einfach nur aus, also, verstehe mich nicht falsch, Buttonmashing funktioniert in FF16 auch nicht. Ja, du musst wissen, wie du die, äh, Fähigkeiten miteinander kombinierst. Du musst vernünftig ausweichen. Ja, du musst richtig, äh, richtig heilen. Ja, also hinrennen und X, 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 oder Fiat, 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 Fiat zu drücken, wird dir nichts bringen, dann bist du tot, schneller als du gucken kannst. Ja, ich hab auch schon den ein oder anderen Mal den Game Overscreen gesehen, so ist es nicht. Aber meistens nach dem zweiten Versuch, äh, beim zweiten Versuch hab ich dann, hab ich dann gesehen, worauf ich achten muss und dann hat's dann geklappt, ja. Ja, so, aber auch hier, äh, bin ich mal auf Reddit, das ist jetzt vor vier Monaten wurde das erstellt. Hier, äh, I wanna know how turn-based fans feel about FF60's Combat. Also, ich möchte gerne wissen, wie, wie sehen denn eigentlich diese rundenbasierten Fans, äh, das Kamensystem von FF16 an. Und du siehst, ähm, eigentlich fast, also super, super viele, ja, die, äh, sehr, sehr enttäuscht sind. Einfach. Ja, weil, weil dieses FF16 und, also, äh, FF16, dieses Final Fantasy rundenbasiert und die taktische Tiefe, die dabei ist, die fehlt. Die fehlt einfach. Ja, hier, ich liebe Final Fantasy in general, äh, aber wenn ich halt so etwas spielen möchte, spiel ich lieber Bloodborne. Ähm, hier, ich bin sehr enttäuscht, das ist sehr enttäuscht, also ich bin darüber sehr enttäuscht. Äh, hier, ähm, ich, äh, hier mal, einfach mal was Neues auszuprobieren, ist, äh, ist ganz okay, aber bitte nicht für immer. Äh, weil, äh, weil das sieht aus halt wie ein Devil May Cry-Klon. Ähm, hier, ich spiel es nicht wie in dem Combat-System. Äh, ich liebe Final Fantasy. Okay, du hast auch das FF7, da hab ich auch einige mehr, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Ähm, hier, auch seit FF10 ist alles blöd. Ja, ich bin raus, wenn ich Voll-Action spielen möchte, spiel ich Devil May Cry oder ich spiel Bayonetta oder ich spiel Nier Reprodukant oder Automata. Ähm, jetzt spiel ich aber nicht mehr FF, äh, dann aber nicht mehr FF16. Ähm, ich bin nicht mehr drin seit FF12. Ba, 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 ba. Hier, ein großer Turn-Off für mich, ich hab darauf überhaupt keinen Bock. Ich liebe Turn-Based. Jetzt kann man sagen, ja gut, das sind halt die ganzen Lover, ja, die halt einfach Final Fantasy, äh, lieben. Und, ähm, halt einfach, ja, die wollen das. Und du, du, einfach super viele Leute, die das nicht mögen. Das Problem ist einfach, ich glaube, du stößt, ich weiß nicht, ob, ähm, ob Square Enix da ein gewisses Risiko eingeht. Weil, äh, ich glaube, auch wenn man, klar, für viele Leute ist halt dieses Rundenbasierte sehr, sehr langweilig. Ja, weil's relativ langsam zu spielen ist. FF16, schnell, knackig, sei reaktionsschnell. Aber Punkt 1 können das nicht viele. Und ich glaube, auch mit diesen Hilfs-Items, die du ja anlegen kannst, werden einige Probleme damit haben. Ähm, sondern einfach, dass halt, dass halt die Leute Final Fantasy mit, mit, mit diesem, ähm, ja, ich möchte das einfach rundenbasiert haben einfach. Weil, weil das gehört, das ist einfach eins. Das ist so die, wenn man an rundenbasierte J-APGs denkt, dann, ähm, dann, äh, ja, dann denkt man an Final Fantasy. Und das, und das wird jetzt geändert. Und mal gucken, ob dieses Experiment halt funktioniert. Also, die Verkaufszahlen sind stark. Und es kann auch sein, dass es das jetzt das letzte Mal war. Aber das Kamm-System ist halt einfach stark entschlackt worden. Ja, das, es ist halt einfach so. Und auch das, was mit, das Ausrüstungssystem wurde stark vereinfacht. Ja, ich, und, und, äh, auch teilweise die Belohnungen, da, da, also mich stört das mittlerweile jetzt. Ich bin halt, wie gesagt, 20, 30, 30, 40 Stunden bin ich jetzt drin. Etwas über die Hälfte hab ich. Und ich, 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 ich erwisch mich halt einfach, weil ich keinen Bock mehr hab, die Schatztruhe aufzumachen. Weil die fühlt sich so ein bisschen an, da sind Schatztruhen drin, weil jetzt das Final Fantasy in der Open World, da muss eine Schatztruhe drin sein. Und jetzt hab ich irgendein Crafting-Material halt zum 10, zum, zum zweieinhalbtausendsten Mal bekommen. Und ich, jetzt ist es kein Scherz, 2500 Mal hab ich's im Inventar. Du kannst es 999 Mal, äh, haben. Aber ich brauch es nicht. Ich brauch es einfach nicht, weil die Belohnungen mies sind. Ja, und dann gibt's den Ruhm, ähm, hier einen Ruhmfaktor. Dann, wenn du, äh, Story machst und neben Quests bekommst du Ruhm und mit dem Ruhm kriegst du extra Items. Und dann bekomm ich noch mehr teilweise von dem gleichen Inventar, also von diesem gleichen Crafting-Material, was ich aber nicht brauche. Weil ich hab irgendwann mal ne, ne Rüstung geschenkt gekriegt und mit der hab ich 10 Stunden spielen können, weil ich nichts Besseres gefunden habe und nichts Besseres craften konnte. Und so, und es ist so weird. Vielleicht können sie's auch einfach nicht. Vielleicht sind sie, weil, weil die Business Edition ist halt für Final Fantasy 14 zuständig für die MMO, äh, was Riesen-, auch Riesenerfolg ist. Aber das funktioniert, ich glaub, einfach Craften funktioniert in nem richtigen Rollenspiel, sowas wie Final Fantasy, einfach nochmal ein bisschen anders als in nem MMO. Versteht ihr, was ich meine? Ne, also, ich, ich mein, ich, ich mag FFXVI. Es macht mir ne Tonne Spaß zu spielen, die Story. Mua, also ich, ich bin total drin in der Story. Ich kann's kaum erwarten, weiterzuspielen. Ich will den Final Fantasy Mode. Guck ich mir mal an. Da bin ich noch nicht. Es gibt, wenn du's durch hast, ähm, gibt's nen Level, es gibt nen Level Cap von Level 50. Ich bin jetzt Level 36, 36 oder 37. Und, das heißt, nicht mehr lange, dann hab ich die Level 50 erreicht. Und wenn du's dann im New Game Plus spielst, kriegst du plötzlich Random Encounter, die du ja so eigentlich auch nicht mehr bekommst. und dann bekommst du neue, neue Monster und es ist alles nen Tacken schwerer und der Level Cap geht auf 100 hoch. Und ob du da vielleicht dieses alte Final Fantasy Gefühl noch ein bisschen, noch ein bisschen stärker hast, dann, da bin ich gespannt. Ich bin richtig gespannt, welche neuen Monster du siehst. Ich freu mich schon so auf, äh, Behemots oder ähnliches, die ich dann dann vielleicht endlich mal sehe. Ähm, ja. So, das sind so meine, meine Gedanken zu dem Spiel. Ich weiß, ich hab mich jetzt ziemlich stark an dieses Kampfsystem aufgehangen. Aber ich glaub, das ist so dieses Totschlag-Argument. Das ist so dieses Haupt-Argument. Ja. Und zum, zum Schluss, ja, wie, wie beende ich das denn jetzt? Weil ich könnte hier noch stundenlang weitergehen. Ich bin jetzt schon, glaub ich, über, äh, die Zeit schon wieder. Ähm. Und ja, schon wieder 25 Minuten. Ich wollte 15, 20 Minuten quatschen. Ich kann einfach nicht aufhören hierbei. Naja, auf jeden Fall, ist fine-Finders. Ich muss, ich muss irgendwo mal einen Cut machen. Ja, ich könnte jetzt hier noch über die, noch, noch über die Quests reden. Und alle möglichen. Aber egal, wie geil dieses Spiel ist. Also, ich mein, es ist supergeil, das Spiel. Es macht richtig viel Spaß. Ähm. Es hat viel gecuttet. Es hat doch viel gecuttet. Wenn ich, wenn man sich's, wenn man so über die, über diesen ersten Eindruck hinweg und wenn man länger dieses Spiel spielt, merkt man das halt auch. Ja. Und es lebt halt stark von der Story und von dem, und von der Inszenierung. Was völlig okay ist. Was wirklich völlig okay ist. Das Kamp-System macht ja trotzdem Spaß. Aber dieses, dieses Entschlacken, dieses richtig starke Entschlacken, weiß ich nicht, ob da Square Enix nicht viel Potenzial verschenkt hat. Weiß ich nicht. Das, das wird sich zeigen. Das wird sich einfach zeigen, äh, wie die, wie die endgültigen Verkäufe sind. Äh, ob das, also, wie viel mehr es noch verkauft wird. Ähm, wenn's ein PC-Release kriegt, wahrscheinlich in einem Jahr. Wie oft es da verkauft wird. Ich würde sagen, es ist trotzdem, ja, trotz all der Kritik immer noch in Final Fantasy. Es kann sich auch so nennen. Ist es das Beste aller Zeiten. Es ist ein richtig geiles Action-Game. Ist es das Beste Final Fantasy aller Zeiten. Darüber werden wir diskutieren müssen. Da werden sich wahrscheinlich auch die Geister scheiden. Und, ähm, ich würd sagen, es ist das Final Fantasy light. Und ich glaube, mit dem Kompromiss kann man gut leben. Es hat alle, es ist halt alles da, was du von einem Final Fantasy haben möchtest. Was du brauchst. Und gleichzeitig wurden Kernelemente, also im Kern, wurde es halt stark entschlackt. Wodurch, ähm, praktische Tiefe, Grinding, Entdecken, ähm, schon ein bisschen auf der Strecke bleibt. Ein bisschen hart auf der Strecke breit. Bleibt, wenn ich ehrlich sein soll. Genau. Aber ich hab genug gequatscht. Ähm, sagt mir, was ihr davon denkt. Was haltet ihr davon? Übertreibe ich? Laber ich nur Mist? Oder, äh, könnt ihr dem einen oder anderen auch, auch zustimmen? Runter in den Kommentaren oder auch gerne im Discord darüber reden. Ist beides ganz gut. Ich bedanke mich fürs Zuhören, fürs Zusehen. Ich wünsche euch was. Und liebe Gehtraß. Ich wünsche euch was, ne? Ciao. Tschüss. 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 Vielen Dank.